Wir haben weltweit, aber auch in der Schweiz einen starken Rückgang der Biodiversität. In der Schweiz war bis vor wenigen Jahren über die Verbreitung der Flohkrebs noch wenig bekannt. Ich habe darum das Projekt Amphipod.ch lanciert, mit dem Ziel, die Verbreitung und Diversität der Flohkrebs in der Schweiz zu erforschen. Flohkrebs sind kleine, etwa 1-2 cm grosse Krebstiere, welche in Gewässern weit verbreitet sind. Man findet sie beispielsweise in Seen, Flüssen, Bächen, aber auch in Grundwasser und in Höhlen. Flohkrebs haben eine ganz wichtige Rolle in aquatischen Ökosystemen. Einerseits bauen sie organisches Material, beispielsweise Laubstreu ab. Gleichzeitig dienen sie vielen Fischen als Nahrungstiere. Man nutzt sie zur Beurteilung der Gewässergüte, gerade auch weil sie sensitiv sind gegenüber Verschmutzungen, beispielsweise Pestiziden. Ihr Vorkommen oder Fehlen kann also Rückschlüsse über den Zustand des Gewässers geben. Um die Verbreitung und die Vielfalt der Flohkrebs in der Schweiz zu verstehen, muss man eigentlich Proben von möglichst vielen Orten zur Hand haben. Und da kamen uns mehrere Umstände zu Hilfe. Einerseits gibt es das Biodiversitätsmonitoring der Schweiz. Wir haben natürlich dann auch selber sehr viele Proben genommen. Und dann gibt es, wie erwähnt, die Lebensräume, die ein bisschen schwieriger zu beproben sind, beispielsweise Höhlen oder auch das Grundwasser. Und hier haben wir uns dafür entschieden, in Zusammenarbeit mit Höhlenforschenden Proben aus den Höhlen zu erhalten. Oder auch für das Grundwasser haben wir mit lokalen Wasserversorgungen Proben aus deren ihren Brunnenstuben erhalten. Dank dieser verschiedenen Ansätze sind wir dann in den Besitz von mehreren tausend Proben gelangt, die wir betrachten mussten. Also der erste Schritt ist eigentlich, dass man Flohkrebs morphologisch aufgrund ihrer Form bestimmt. Es gibt natürlich offensichtlich auch Unterschiede. Gewisse Tiere haben Augen, andere Tiere, die vielleicht im Untergrund leben, haben keine Augen. Was ist die Form der Antennen? Und dann haben wir auch genetische Untersuchungen gemacht, also ganz spezifische Abschnitte angeschaut und konnten aufgrund dieser Abschnitte dann sagen, um welche Art es sich handelt. Nachdem wir nun eigentlich wissen, welche Arten wo vorkommen, möchten wir dieses Wissen natürlich auch verfügbar machen. Und da ist es wichtig, dass auch die angewandte Forschung unser Wissen nutzen kann. Wir konnten damit ein Buch publizieren über die Flohkrebs in der Schweiz. Und da haben wir schon sehr viele Rückmeldungen von beispielsweise Ökobüros erhalten, dass sie sehr froh sind, dass sie nun dieses Standardwerk haben. Wir möchten aber auch, dass diese Information wirklich auch breit genutzt wird. Und daher haben wir uns entschlossen, dass es ein Online-Tool gibt und wird dann Schritt für Schritt durch verschiedene Fragen geführt. Man kann so selbst bestimmen, welche Flohkrebsart man gefunden hat. Als wir vor einigen Jahren der Forschungsgruppe Altermat das Projekt begonnen haben, wussten wir natürlich, dass es Flohkrebs gibt in der Schweiz. Wir sind dann vielleicht von etwa 20 Arten ausgegangen. Momentan gehen wir von etwa 40 Arten aus. Wir haben gesehen, dass es neue Arten für die Schweiz gibt. Und es gibt sogar neue Arten für die Wissenschaft. Die hat weltweit noch niemand entdeckt. Wir konnten in wenigen Jahren wirklich die Grundlagen schaffen, um überhaupt ein Verständnis zu haben, welche Arten es in der Schweiz gibt und wo sie vorkommen. Und können aufgrund dieser Datengrundlage nun feststellen, wenn Veränderungen stattfinden. Denn um die Biodiversität schützen zu können, muss man wissen, was vorhanden ist. Man kann nur schützen, was man kennt. Und was man kennt, was man kennt. Man kann nur etwas nur wie sie sind. Weisen jungen und fröhnen werden. Wir haben die Gebäude, äh, die Streinigung des Lebens. Man kann nicht nur die Gebäude, sondern nicht nur sein. Arten im Geschäft selbst werden wir schon seitdem. Man kann nur auf dem Weg nachdemont werden. Man kann nur auf dem Weg nachdemont werden. Wenn man das ist, Elliot in der V editorialen müssen,